Ja, ich höre immer wieder von diesem Hearthstone. Ja, wie alle wissen, bin ich natürlich der beste Hearthstone-Spieler EU. Es ist ein ziemliches Lappenspiel, wie ich finde. Ich habe mich natürlich vorbereitet ohne Ende. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob irgendeiner der anderen Spassi schon mal Hearthstone gespielt hat. Mein Mid-Game habe ich mir überlegt, erst mal Exodia zu bauen. Dann natürlich schaue, was im Skat drin ist. Die meisten gehen ja auf die Stäbchen mit den vielen Strichen. Strategien, mit denen niemand gerechnet hat. Maxim geht nicht mal zum Friseur, so faul ist er. Dementsprechend sind auch seine Decks. Für das Late-Game habe ich mir was ganz Besonderes aufguckt. Lola hat mit seinen 18 Jahren keine Erfahrung und auch nicht den Willen. Ich glaube, er ist jetzt der Kahn. Und so hat Jacob, ja. Kennt keiner. Unbekannter Typ. Manager von Elements oder so. Guckt in mein Büro neben mir. Immer wenn ich scheißen gehe oder mir Essen hole, komme ich daran vorbei. Was macht er den ganzen Tag? Sagt Hearthstone. Arbeitet der? Nee. Sie sind gar nicht gut an League of Legends. Wie könnte sie überhaupt gut an Hearthstone sein? Ich habe mit Jacob, ja, als Hearthstone gerade rausgekommen ist, sehr viel gespielt. Ich bin richtig zernichtet. Ich habe dann richtig, richtig, richtig in den Arzt. Ich bin insanely talented at every game I touch. Geweint wie eine 12-Jährige. It should be an easy championship. Es gibt Leute, die überschätzen sich maßlos. Wenn es wirklich ganz, ganz schwierig werden sollte, dann habe ich immer noch die hier. Also ich glaube, Maxim, der weiß nicht mal, was für ein Spiel ich gehe. So, dann gibt es noch diesen Fischkopf. Raun hat Folgen Hearthstone auf seinem YouTube-Kanal. Er streamt das den ganzen Tag, die ganze Nacht. Kann der was? Nee. Der kann... So, Leute, das Ganze wird ausgetragen am 24.04. um 16 Uhr auf Twitch. Der Link steht in der Beschreibung. Und ich brauche mir den Scheiß nicht geben. Ich caste den Piss. Ich freue mich. Ich habe sie erwartet. Hey, ihr Mobanoops. Ich habe schon Profis in ihren eigenen Disziplinen geschlagen und gedemütigt. Also wird mir das gegen euch in diesem... ...Hearthstone auch ein leichtes sein. Ich werde herausfinden, wie... ...und dann werde ich die Scheiße aus euch raus mit dem Spielsix die Nose gehoffen. Severin, jetzt... So, Niklas, der Text, den du mir hier geschrieben hast... Severin, jetzt laber nicht blöd rum, liest den Text vor und setzt mir die Maske auf. Niklas, Zerstörer aller Zerstörer. Zerstört euch, bis ihr zerstört seid. Ja, du hast recht, das ist irgendwie eine Scheißidee. Warum hast du überhaupt eine Maske auf? Und dann... Blast... Ja, du hast recht, das ist irgendwie eine Maske auf. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020